Hier präsentieren wir die 5 beste Kühlschrank mit Gefrierfach-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Klarstein Snorp Eco Mini Kühlschrank mit Gefrierfach. Der Inventor Mikro Kühlschrank verfügt über ein 43 Liter Fassungsvermögen und eine 5,5 Liter Gefrierschublade. Das Gerät hat eine Energieklasse von A++ und einen Geräuschpegel von 42 dB. Dank seiner kompakten Größe und seines eleganten Designs passt der Kühlschrank in jeden Raum. Mit einem Gewicht von 17 kg ist das Gerät leicht zu transportieren. Ein Thermostat kann auf 6 verschiedene Temperaturen eingestellt werden. Die Temperaturstabilität wird durch das integrierte Low-U-Frost-System und das verwendete Kältemittel gewährleistet. Dies verringert die Notwendigkeit des Abtauens und verhindert übermäßige Frostentwicklung. Nr. 4. Bohmann KG 322,1 Kühlgefrierkombination HB16 Maia von Haier Das French Door Modell ist mit der Energieeffizienzklasse A++ bewertet und verbraucht 305 kWh pro Jahr. Es hat ein Volumen von 424 Litern, wobei 303 Liter hinter einer Doppeltür in der oberen Hälfte des Geräts verborgen sind, die zur Kühlung dient. In den beiden unteren Schubladen können Sie bis zu 121 Liter Gefriergut unterbringen. Der Kühlschrank ist in 3 Zonen unterteilt kühlen, Maizone und gefrieren, die jeweils individuell über das Display gesteuert und temperiert werden können. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Hisense RS670N4BF3 Side-by-Side Kühlgefrierkombination Der Hisense RS670N4BF3 Side-by-Side Kühlschrank verfügt über eine Nurfrost-Technologie und ist mit der Energieeffizienzklasse A++ ausgezeichnet. Der jährliche Energieverbrauch liegt bei 229 kWh und der Geräuschpegel ist mit 41 dB extrem niedrig. Das Gerät hat ein Netto-Fassungsvermögen von 516 Litern, wovon 339 Liter auf die Kühlseite und 177 Liter auf die Gefrierseite entfallen. Der Kühlraum bietet viel Platz für die Aufbewahrung von Obst und Gemüse sowie ein nützliches Weinregal. Nummer 2. Bosch Kiff 87 NSF 0 Serie 2 Einbau-Kühl-Gefrierkombination Die Boman KG 320,1 Kühl-Gefrierkombination hat einen jährlichen Stromverbrauch von 160 kWh und eine Energieeffizienzklasse von A++. Für Komfort und Flexibilität in der Nutzung sorgen die automatische Abtauung, die stufenlose Temperaturregelung, ein variabler Türanschlag und verstellbare Füße. Das Gesamtfassungsvermögen beträgt 165 Liter. In dem 122 Liter Kühlschrank können Lebensmittel auf 3 Glas ablagen, 2 Tür ablagen, einer transparenten Gemüseschale und einer Eierablage gelagert werden. Und die Nummer 1 unserer Liste. Boman KG 7331 Kühl-Gefrierkombination Der freistehende Kühlschrank CF 32 von Telefunken hat die höchste derzeit verfügbare Effizienzklasse A++++ mit einem jährlichen Energieverbrauch von 62 kWh. Zudem ist die Geräuschemission mit 39 dBA sehr benutzerfreundlich. Dank höhenverstellbarer Füße und eines austauschbaren Türscharnies passt das Gerät in jede Küche. Dank seines kompakten Designs und seines Gewichts von 25,76 kg ist der Kühlschrank leicht zu transportieren. Der CF 32 verfügt über eine integrierte automatische Abtausung und Temperaturregelung. Ein 73 Liter Kühlraum und ein 8 Liter Eisfach machen das Gesamtvolumen des Geräts von 81 Litern aus. Das Kühlfach ist mit 2 Glas Ablagen, 3 Tür Ablagen und einer Gemüseschublade ausgestattet.